Ruhig werden Die Advent- und Weihnachtszeit wird oft als die stillste, die ruhigste Zeit im Jahr bezeichnet. Für viele ist sie jedoch genau das Gegenteil. Wie geht es dir in dieser Zeit? Möchtest auch du im ganzen Trubel ruhig werden? Ich lade dich herzlich dazu ein. Meditieren heißt nachdenken, überlegen, zur Mitte finden. Mache es dir gemütlich, schließe die Augen und lass die folgenden Gedanken von Anselm Grün auf dich wirken. Ein transparenter Stern am Fenster Ein schlichter, grüner Granz auf dem Tisch Das Licht der ersten Kerze schimmert gelb Wir sind im Advent Vorfreude nach langer, dunkler Novemberzeit Der Wechsel von geschäftigen Aufgeregtheiten zur adventlichen Stille Der Weg zur inneren Ruhe hat persönliche Zugänge Eine gestaltete Zeit Einen besonderen Ort Einen nachdenkenswerten Text Advent will erschwiegen, ersungen oder erwandert werden Jeder sucht seinen eigenen Weg Wie ist das bei mir? Wann nehme ich mir Zeit für mich? Wann nehme ich mir Zeit für Gottes Begegnung? Wie möchte ich die nächsten Wochen gestalten, damit die Vorfreude auf Jesu Geburt spürbar wird? Ich wünsche dir, dass es dir gelingt, neue Akzente zu setzen Achtsamkeit zu leben und den Advent bewusst wahrzunehmen Magogkampus Schnapens Magogkampus Kamogkampus Magogkampus assembler